Es gibt sehr viele Zelte, wo Menschen, die geflüchtet sind, jetzt in Zelten untergebracht sind. Ich finde es sehr tragisch, aber ich verstehe auch nicht, dass es sich das nicht herumspricht in die anderen Länder, dass das da auch nicht mehr weitergeht in Europa. Sie meinen, dass man natürlich als... Wie Sie das unterbinden, diese Migranten und das Ganze? Was kann man sagen? Es ist ein Wahnsinn. Also, es ist abnormal, was die Regierung macht. Ich glaube, man kann beide Seiten verstehen. Es ist eine wirklich schwere Frage. Gut, normalerweise müsste der Orban die ganzen Flüchtlinge zurücknehmen, oder? Und warum sagt keiner was mehr? Kein Mensch sagt was, oder? An der burgländischen Grenze geht es ja drunter und drüber. Ja, genau, da warten schon die Autobusse, dass sie herkommen. Weil momentan es ja so ist, dass Menschen auf ganz engen Zelten zusammengepfercht sind. Es ist in der Nacht auch sehr kalt und man weiß irgendwie nicht wirklich, was man mit den Menschen macht. Das geht um die Menschlichkeit, ja. Ich glaube, alle müssen miteinander helfen. Irgendwie, egal wie. Aber wir müssen... Also, dass diese... Dasselbe Situation kann mit allen Ländern passieren und allen Personen passieren. Natürlich, das ist abnormal, was die Regierung macht, ja. Ja, wir sind schon überbevölkert, oder? Ja, wir können ja nicht alle aufnehmen, oder? Weil es kommen ja immer mehr und mehr, aber nicht weniger. Das muss auf die Länder verteilt werden, auf alle Länder. Und zwar regelmäßig. Neun Bundesländer, nicht nur eines. Ja, das stimmt. Ja, wir hoffen, dass es vor dem Winter noch klappt. Dass sich da jemand dafür reinsetzt. Aber gut, dass Sie das machen. Irgendwann bricht er das ganze System zusammen. Und der Kalle sagt aber nichts. Zuerst hat er geschrien und hat... Ein Bundeskanzler. Ja, der Schmeierhammer. Ja, zuerst hat er die Mahlen raus müssen und jetzt riert er sich nicht mehr mehr. Jetzt ist er ganz still, oder?